Hey, Brian, hier ist Pam. Hör mal, hier bei uns wird eine junge Frau vermisst. Wir haben gerade das Auto gefunden. Draußen, in den Sümpfen. Wenn sie in den Sümpfen ist, dann war's das für sie. Brian, Texas Police Department. Wir haben hier bei uns auch einen Mord. Noch ein Mädchen. Blond. Dunkles Haar. Wir sind hier, Texas City. Die Sümpfe sind nicht unser Zuständigkeitsbereich. Die Gegend ist irgendwie verflucht. Selbst die Einheimischen wollen nicht in die Sümpfe gehen. Hey, Prinzessin! Steig ein. Kannst du nicht nach Hause gehen wie andere Kinder und Fernsehen? Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kennst du dieses Mädchen? Wer von euch hat die Hand gefunden? Erzählen Sie mir was über den Kerl mit dem grünen Pontiac. Warum verstümmelt ein Mörder anschließend sein Opfer? Er will eine Botschaft hinterlassen. Notrufzentrale. Was kann ich für Sie tun? Helfen Sie mir! Ein Mann ist in meinem Haus! Nein! Nein! Hörst du das? Das sind die Orte, an denen Leichen gefunden wurden. Der Anruf bei uns im Büro kam direkt von hier. Brian, geh drüben! Los! Komm schon! Als wenn ich auch den nicht aufhalten kann. Ich warte hier auf dich. Mike, ich glaube, Sie haben die kleine Anne. Mach keinen Unsinn! Wo sieben, verfolge grünen Pontiac. Anne! Anne! Du hast keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Ich weiß genau, wo ich bin.